hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge zu über 20 77 so wir sollen auf jeden fall jetzt erst mal andere sachen tun oder werden auch jetzt machen wir werden hier so ein bisschen komiken hier raus so dann gucken wir mal was wir hier machen können wir haben 32 speicherpunkte und die speicherlöschung ist schon 32 also heißt das wir müssen den speicherlöschung und überhitzen den wieder kaputt bist du okay das ist noch einer hat der ripper damit zu tun so jetzt müssen wir erst mal warten bis er voll ist hey was gibt es ja also okay hier geht es recht hier geht es echt rund ich habe gerade an einem total durchgeknallten auftrag in docktown okay ich habe zu beiden fragen total durchgeknallt und docktown scheiße fangen wir dem ersten teil an ich sollte nichts darüber sagen ich will dich nicht in gefahr bringen wenn er lieber zu vorsichtig erzähle ich dir später profis tratschen nicht über die aktuelle aufträge aber das klingt ein bisschen okay jetzt mal im ernst das klingt gefährlich bist du dir bist du dir sicher dass das eine gute idee ist sollte ich mir sorgen machen ich meine docktown ist nicht unbedingt ein sicherer ort oder ich habe vielleicht eine lösung für den bio chip gefunden ist vielversprechend das risiko wert okay du weißt bestimmt was du tust also halte ich dir keine vorträge ich drücke dir einfach bloß die daumen aber wenn es dir hilft wenn ich wenn ich ganz doll an dich denkt wie aber wenn es dir hilft wenn ich ganz doll an dich denke dann solltest du bescheid wissen dass ich das auch mache das funktioniert das wissenschaftliche wiesen und du sagst ja nicht mehr okay ich sag mal wenn ich z drücke naja ist ein bisschen komisch hier ein bisschen so speicherlöschung rechten kurzschluss eigentlich okay das hat mich so ein bisschen jetzt hier naja kann doch nicht mach hin hier wartet hier aber langsam ich will kinder wo ist denn mein schwert ja nein verdammt verdammt geh rum hier ich will ich weiß es ist wurde das kommt Ich hab schon wieder die völlig falsche Taste drückt, weil ich drücke mal E zum... Okay, da oben ist noch einer. Ne, da oben ist eine Kamera. Wir sind unterwegs Richtung Osten. Keine größeren Probleme. Ich hoffe, bei dir ist es auch ruhig. Denk in Dogtown immer dran, dir den Rücken freizuhalten, selbst wenn du meinst, es ist gerade nicht nötig. Okay. Finde ich doof, dass diese Radiosender auch aufs Set ist. Okay. Gucken wir uns hier erstmal um. Ich hab noch so viel vor mir. Ich hab noch so viel vor mir. So, dann nehmen wir alles. Oh, die Gebetskette haben wir schon. Brauchen die nochmal. Wo kommt der... Wo kommt der denn her? So, mal. Hallo? 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 So, speichern wir mal kurz. Dankeschön. Oh. Okay. jetzt haben wir noch 1 hier ist auch noch einer müssen erst mal warten was war das denn jetzt kriegen nicht hallo ich sehe ihn doch da da nein du komm gib ihn mir doch da ist er mensch bleib stehen da du vohl wo ist er denn neue schönen flammenhof herrlich standort wird zurückverfolgt wo standort welcher standort von wem von wem sie erkennen mehr und alle dauern aber hier ist keiner mehr was ist denn jetzt los ernsthaft what the fuck war das gerade denn leck mich am arsch so 55 ich habe keine 55 hier 1c 55 e 9 55 1c und ich habe mich verrannt verdammt diese hat mich verrannt ich bin ja noch ein bisschen abgelenkt von dem ganzen dünnst die gerade so teilen so 4 war ich finde ein bisschen doof dass du okay wir wurden zwei gesichtet aber die kommen nicht hierher schon mal positiv okay dann können wir jetzt hier weitermachen und uns hier aber so wie aussieht jetzt da noch in diesem tunnel darin da oder da ist noch ein tunnel trotzdem erstmal hier noch ein bisschen ob gucken wenn ich irgendwann vergessen haben man zieht nicht danach aus doch hier guck mal hier okay ich würde sagen wir werden jetzt hier noch sicherlich besuch kriegen oder okay wir müssen speichern der schrank hier komme ich hier nicht raus ist das licht aus oder was schon wieder die falsche taste dreh doch irgendwann mal durch mit diese scheiße okay da sind zwei hier scheiß drauf wird schon nicht sein haben wir jetzt okay wir gucken ob schluss ich habe ein bisschen schneller denn okay das waren auf jeden fall die komm raus zum spielen du frotze sagt er warum wissen die immer dass ich eine frau bin das finde ich immer so ein bisschen weird ich meine wir tun jetzt hier alles um nicht entdeckt zu werden wenn ich werde dich finden ich werde dich finden okay komm schon, spielen wir ein Spiel okay kawabunga falsche Alarm hier ist noch irgendwo eine Kamera, richtig? da da ist auch noch einer gut, gucken wir mal ja oh, der ist ja noch ja nicht down holy shit jetzt ist es sowieso egal jetzt schießt er nicht mehr auf uns jetzt ist eh egal so, schlumpi nein, der will er nicht da, da super Samurai super Samurai schlumpi, komm raus komm raus, spielen sehr gut da ist noch einer wer ist da noch gib mir mal ping okay, haben wir alle down jetzt hier? ja, sieht so aus ach, furchtbar alles auf jede Taste hier okay, lief eigentlich recht gut, aber ja das läuft nicht gut, aber ja irgendwie artet es dann doch immer ein bisschen aus, ne? aber ist nicht so wild von mir aus können sie machen, was sie wollen hier so, verbinden verbindlich verbinden so, okay nee sieben a 1 c e 9 sehr gut finde ich immer wieder schön, wenn das alles so klappt was piept denn hier so hör doch mal, hier ist was Kiste so so das war es jetzt so, Leute? haben wir jetzt hier das ach so tolle ne, das ist das große wie, der hat keinen Loot, keinen Vernünftigen oder was? das ist ja mies so haben wir jetzt hier alles? da haben wir, das haben wir gemacht da ich gucke gerade auf die Karte da oben war noch ein X, aber das ist nur ein graues X okay, den da können wir erstmal entschärfen da haben wir noch ein Turm oh geil, nicht auf mich schießen bleibe ruhig bleiben sie ruhig, bleiben sie ruhig so, entschärfen speichern ne, hier hinten ist irgendwas mit 50 Meter wir kommen hier noch hin zu dem Ding Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? scheiße ach du scheiße jörg was können wir machen? was können wir machen? was können wir machen? was können wir machen? was ist abgefuckt? ich hab keinen Dings hier wie viel Leben hat denn der ach, da oben steht's jawohl, Alter jawohl, Alter jawohl, Alter du nimm doch alles mit hier so ausschalten Kamerasteuerung gucken wir uns mal da oben um das ging aber jetzt aber ratzifatzi du Kauerbonga das gefällt mir das war cool mit unserer was ich hier mal drücke hier eh damit wir mehr damit kannst du jetzt hier mehr Speicherpunkte umso hast du aber nicht die Zahl wird dir das abgezogen vom vom Leben das heißt also du bist dann irgendwann in so einem kritischen Bereich wo du dann kurz vorm sterben bist aber hey wer braucht schon Leben ich nicht das läuft doch super ich spiele glaube ich das ganz auf normal kann das sein wo ist denn hier Gameplay oh ne auf einfach ne auf einfach habe ich gestellt okay nein Mann diese verfickte E-Taste jenem Scheißspiel ist es eh looten nur hier nicht a so b 7 a 50 bd okay ich habe auf einfach gestellt kann ich mir ja nicht daran erinnern habe ich aber bestimmt schon kommuniziert ist ja auch real ob es hier einfach ist oder schwer oder mittel oder wie auch immer du nacht alles du mach den den kohl nicht fett so die haben wir ja schon ausgestalten Giftenmüll Kinder draußen die Sirene im Spiel kochen wir doch so was haben wir denn hier alles wie ist denn hier ob man das alles braucht hier so wir kommen jetzt kommen wir hier rein Zugriff gewährt aber schön aufgeräumt ein Raiju Raiju neues Item erhalten das ist denn ein Raiju Raiju finde ich das hier irgendwo hier Raiju Maschinenpistole okay die sehen hübsch aus aber ansonsten ist jetzt hier weiter nischt ah gut okay haben wir uns durch das erste Ding hier durchgeschlagen neue Mission no easy way out was ist denn jetzt hier los ist hier Krieg wem mich doch hab ich Junge wusste nicht dass du noch dass du die scheiße überlebst das ist Kauabunga würde ich sagen so schnetzeln wir uns hier noch schnell durch hier geht der Kopf wieder nicht ab oh ich bin zu schwer das ist ja auch mal neu neid okay so okay 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 standard was ist denn hier ähm zerlegen z halten nehmen wir erstmal alles was hier nicht so gelblich ist hier nehmen wir erstmal alles hier raus ja aber halten das was wir haben und dann ist gut so okay da 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 jut 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 knut ich hab alles von Johnny an nur die nur die nur den Oberteil ja nicht wann kriege ich denn das hier mal ist hier irgendwas hier was haben wir denn da drauf hier Resistenz gegen Ach, eigentlich ist das völlig Banane. Seitdem sie das umgestellt haben, ist das völlig Banane, was wir hier haben. Ich sag mal, ich brauch nicht und von daher ist mir das Wurst. Haufen Zeug sammelst die hier, aber... Ich weiß ja, ne, kriegt man nicht die ganzen Johnny-Sachen zusammen, oder was? Oder gibt das für den Kopf ja auch nichts? Man bräuchte hier so einen so einen Markieren-Knopf, dass du alles markierst und dann hier löschen tust. Warte mal, wo war ich denn jetzt hier gewesen? Das ist so eine Sache, was wir hier nicht brauchen. Kann ich eigentlich noch aufrüsten, denn hier... Warte mal, wo war das hier gewesen? Cyberware, Journal, Charakter, Karte, Inventar, Itemherstellung. Upgrades. Was ist denn das hier eigentlich für Ihnen? Katana. Das ist das, was wir haben, ne? Was habe ich denn hier angelegt? Das hier. Die Handfeuerwaffe. Gut, Maschine, wir haben wir keinem, oder was? Da können wir nicht upgraden, irgendwie. Ne, sieht nicht so aus. Na gut. So. Bei Tech haben wir jetzt wieder was... mal wieder ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um hier, wa? Oh, guck mal hier, Achterbahn. Hier läuft eine lang hier. Mädchen, das ist voll gefährlich hier. Wir könnten ja wer sonst wer sein. Was willst du? Die klingt wie... Panem. Nicht witzig. Ich warte auf einen Freund. Naja, du schlenderst hier umher. Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hoffentlich hier wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif und Toodaloo